So, hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem letzten Tag von der London Vlog Reihe. Es ist heute der letzte Tag, es geht heute zurück nach Österreich und ich habe jetzt nicht jeden Tag geflockt, ich habe nur so ein paar Ausschnitte gefilmt und wir waren bei der Portobello Road, dann, wir waren noch an ganz vielen Orten und die Ausschnitte kommen jetzt und jetzt und jetzt. Musik 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 Das war's für heute. Oh, 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 oh. Yay, Come on, Jesus, happy birthday to you. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.